ja servus liebe freunde der landwirtschaft und meine videos ich heiße euch willkommen zurück ja heute kommt da mal ein video zwar mit schlepper hier im hintergrund das ist mal kramer k 15 den habe ich einfach als hintergrund gewählt dass es wenigstens irgendwie nach landwirtschaft ausschaut ja warum kommt heute kein richtiger farmblock wie sonst immer die letzten tage ich war krank ich habe mal gescheite erkältung eingefangen ich war seit letzter woche samstag früh eigentlich dann bloß rumgehängt ich war montag dann beim doktor habe mal gescheite erkältung eingefangen habe sehr viel geschlafen war einfach fertig total verschleimt kaputt wie gesagt einfach krank deswegen sind auch keine großen videos das mal entstanden normalerweise ich mache ja immer video wenn ich irgendwas hausend mache es ist aber einfach schlichtweg nichts passiert ähm ja und jetzt habe ich mir gedacht irgendwas brauchst du ja trotzdem also ich bin natürlich immer noch ein wenig krank aber es ist deutlich besser ja ich habe mir gedacht irgendwas brauchst du ja trotzdem und ja dann schnappst du halt nochmal die kamera ja also was ist die woche passiert wir hatten eine katze die lag die letzten zwei tage im sterben leide eine taiga die war 17 jahre alt mit einem kuhn hat uns da ziemlich fertig gemacht die ist heute früh dann war sogar eingeschlafen ja ein familie mitglied was gegangen ist schade was ist sonst die woche passiert ja wie gesagt ich war ja krank aber ich habe die woche post gekriegt eine kleinigkeit ist das ist mein zeugnis und was die woche gekommen ist das ist meine karte ich darf jetzt quasi um offiziell pflanzenschutz betreiben ich bin ausgebildet da drin ich darf es anwenden wie gesagt ob ich letztendlich einmal mache oder nicht das weiß ich natürlich selber noch nicht so genau das weiß ich selber noch nicht so genau ob ich es einmal anwende oder nicht aber gemacht haben muss man einfach oder wollte ich noch einfach man weiß dann noch ein bisschen mehr man kann mit dem thema mal mitreden ist nicht immer nur der außenseiter der quasi ja pflanzenschutz pflanzenschutz weil wenn man mal dahinter steckt das thema ist recht umfangreich und gerade jetzt die aktuelle diskussion glyphosat jeder schimpft drauf schafft es ab schafft es ab überhaupt die meisten wissen ja aber gar nicht wo es das überhaupt einsetzen darfst zum thema pflanzenschutz ich habe auch einen termin für einen spritzentüft gekriegt ich soll ja dieses jahr mit 100er spritze zum tüft nach schirraddorf raus zum landtechnik niklas fahren da habe ich angerufen ich habe am dritten vierten also den dienstag nach die osterfeiertage an termin abends um 16 uhr also wird natürlich jetzt dann kein video kommen direkt an dem tag aber ich denke auch mal die woche dann vielleicht am freitag und eine spritze habe ich jetzt so weit in erfahrung gebracht ich kann es halt auch bloß als kleines kind früher hat mein vater immer selber angewendet dann kam ja das dass du diesen nachweis brauchst dann hat er es nicht mehr gemacht dann hat es auch mal bekannte gemacht das liegt schon bestimmt 20 uhr zurück oder wenn nicht weiter und ich weiß bloß als kind da war mal einer von unseren Bauern da und hat eben uns den pflanzenschutz gemacht und ich kann mich noch erinnern das war rausspritze jetzt habe ich mich aber dahinter geklemmt also wir haben eine eine raussprimatspritze mit 12,50 m noch genauer weiß ich es leider auch nicht das werde ich jetzt sehen ich muss sie demnächst dann nochmal holen dann waren die dusen nochmal gereinigt ich muss das ding mal anschauen was alles dran zu machen ist oder nicht zu machen ist normalerweise war die längere zeit nicht mehr im einsatz die ist aber gereinigt worden und eingelochert worden schauen wir mal also wie gesagt am dritten vierten ist termin und ja ich werde versuchen die kamera auf alle fälle mal mitzunehmen und das zu filmen so viel dazu ja was ist da noch passiert ganz aktuell ich habe ja fläche gesucht gehabt und ich habe jetzt die möglichkeit ich habe 0,6 hektar sind es jetzt grünland dazu bekommen das grünland ist direkt drinnen bei mir an der arbeit das bietet sich für mich natürlich ideal an der landwirt der sonst immer gemacht hat hat gesagt ihm ist es eigentlich von der fahrerei zu viel wegen dem kleinen eckle die fläche gehört nicht offiziell mir sie steht bei ihm noch auf dem papier drauf aber ich bewirtschafte quasi für ihn also ich darf es nutzen die fläche ja für mich bietet sich das natürlich an das ist auf meinem arbeitsweg da werde ich demnächst dann auch mal mit dem ihc und mit einem oschermulcher reinfahren den habt ihr übrigens auch noch nicht sehen der mulcher ist in einem von meinen videos einmal in aktion gewesen der gehört auch zur jagdgenossenschaft dazu mit dem werde ich dann muss ich die wiese erst einmal komplett mulchen weil da steht das alte gras vom letzten jahr weil keiner mehr reingekommen ist und ja dann wollen wir mal schauen dann gibt es bestimmt heuer auch ein heuer auf der wiese eventuell auch eine krumme das muss ich mal sehen je nachdem wie gut es wächst ja also früher habe ich alles mit den balken vom grame gemäht gehabt oder mit dem grame kl 300 der hat ja auch ein messerbalken dran ich habe jetzt mittlerweile mal bei glas wm 24 und ist natürlich schon arbeitserleichterung gerade wenn man es dann am hc dran hat man hat doch einfach eine kabine wo man bequem drinnen sitzt man hat nebenbei ein wenig an radio ist auch nicht schlecht beim arbeiten aber es ist so langweilig so eintönig und naja dann schauen wir mal da hat es das jahr auf alle fälle was zu tun bin ich gespannt wie viel Büschel ich das jahr dann zusammenbringe einen neuen ballenzähler bei welcher habe ich ja übrigens für den tipp damals mit der rolle vielen dank ich habe die rolle ausgebaut gehabt also die buchsen waren alle noch tipptopp in ordnung denen hat nichts gefehlt allerdings beim runtermacher ist schon gemerkt dass die mutter hinten drauf wo es ein verschraubtes irgendwie ein wenig lose ist ich habe das dann alles wieder gut angezogen am schluss weil aufgemacht habe ich es natürlich trotzdem um einmal rein zu gucken wie es ausschaut verschleißer hatten wir keinen alles schön abgefettet ich habe die mutter dann ein wenig angezogen das war tatsächlich ein bisschen spiel aber auf dem auf dem ganzen arm wo die spannrolle drauf sitzt also vielen dank nochmal für den tipp echt super da habe ich selber nicht aufgepasst jetzt steht er wieder bombenfest gerat ich habe es extra probiert den ballenzähler habe ich verbaut dann hoffe ich doch einmal dass die presse dann wieder 1a funktioniert also würde man das ja auf alle fälle sehen an die leute die die daumen geben also finde ich immer klasse und die kommentare finde ich auch immer klasse das einzige was ich wirklich gerne mal wissen würde was mich interessieren würde die leute die den daumen nach unten geben ich habe damit kein problem dürfte machen das ist das intro was nicht passt oder habt ihr irgendwelche fragen habe ich irgendwas nicht aufgeklärt wollt ihr noch irgendwas wissen schreibt doch einfach in die kommentare rein wenn da einen daumen nach unten gibt habe ich kein problem damit wäre es schön wenn mir jemandem was schreiben würde was in der quere im magen liegt ich will wie gesagt immer versuchen auf meine zuschauer einzugehen ich will immer versuchen so weit wie möglich hinterher zu kommen aber ich kann halt nicht hellsehen müsst ihr auch verstehen also wie gesagt einfach unten noch einen kleinen text dazu schreiben du pass auf heute das hat mir nicht gefallen dein videoschnitt beim pferdestall hat mir nicht gefallen oder du hast beim radlader zu viel die kamera auf dem radlader stehen gehabt oder du wolltest lieber ein video die kamera am greife dran oder macht mir doch einfach vorschläge habe ich kein problem ja auf was gehe ich noch ein ich bin wieder angeschrieben wann wann ich denn eigentlich immer meine videos veröffentlichen ja das ist ganz einfach meine videos die kommen normalerweise immer dienstags um 16 uhr 30 und am freitag um 16 uhr ich habe gerade ganz am anfang mal eine umfrage gemacht habe da hatte ich um die ja wie mal da um ca 90 bis 100 abonnenten da haben wir mal eine umfrage gemacht ähm falls da irgendjemand eine frage oder was hat oder einen anderen vorschlag noch soll ich lieber sonntags machen ein video und das andere dafür ein wenig vorziehen weil ich meine ich sammle halt immer ein wenig material habe ich immer ein paar tage dazwischen wo ich dann auch was sammeln kann äh schreibt ruhig rein wenn ihr einen anderen tag haben wollt oder andere uhrzeit wie gesagt ich kann es freitag auch vorziehen es muss nicht um 16 uhr kommen ich kann es am freitag schon dreie kommen lassen oder um halb drei wenn ihr wollt ähm ich richt mich da ganz nach euch ja also wie gesagt momentan ist es jedenfalls so dienstag 16 uhr 30 freitag 16 uhr ich denke damit bin ich bislang ganz gut gelaufen wie gesagt wenn ihr vorschläge habt einfach schreiben gar kein thema gerne auch als pn wenn ihr wollt ähm auch an die die vielleicht irgendwas an meine videos negativ finden ihr dürft mir gerne auch ein pn schicken wie gesagt ich bin für konstruktive für die immer offen habe ich kein problem damit ich wollte euch einfach mal ein wenig auf dem laufenden halten also wie gesagt ist da oder das ist mein k15 zu der frage mit dem überrollbügel ja ich habe hier keinen überrollbügel drauf der überrollbügel steht hinter dem bulldog ich könnte mit dem die lore natürlich schon in das vordechle bei den ziegen runter fahren ähm mache ich aber aus dem grund nicht weil ich mit diesem bulldog solange ein überrollbügel drauf ist nicht fahre warum wenn was passiert fällt mir der bulldog um oder sonst was und die bg braucht bloß irgendwas sein die bg zahlt dix und die bg sieht das auch absolut nicht gerne wenn auch die schlepper kein überall bügel ist wir haben die pflicht dass einer drauf ist und der ist jetzt bloß unten weil der bulldog sonst in die garage nicht reingeht geplantes projekt dieses jahr die garage hier soll ja neu gebaut werden ich hoffe irgendwie wird es klappen die soll dann so gebaut werden dass quasi der krame und mal kl 300 hier drin nebeneinander stehen können hier drüben drinnen ist noch einmal so ein nebenraum drin da war früher tanklager ist aber auch schon seit jahren nicht mehr das soll wie gesagt auch weg die garage an sich hat sich halt auch komplett gesetzt der boden ist komplett im argen ist alles kaputt und da haben wir gesagt dann wird das alles neu und wenn wir dann eh schon neu bauen haben wir gesagt dann machen wir es so dass eben die zwei schlepper gleichzeitig hier reinpassen nebeneinander großes doppeltor vorne ran und dass wir dann hier drinnen auch auf der einen seite haben wir gesagt wie so ein wenig einen kleinen werktisch hinten die ganzen alten messerbalken an der wand zum aufhängen also so ist der plan wir haben uns jetzt am computer schon mal so grob raus gedruckt wie wir es haben wollen weil Bruder hat ein wenig ein 3d-programm auf dem computer und hat auch mal was erstellt kann ich bei gelegenheit auch mal mit zeigen ja wie gesagt also die garage soll neu werden und dann kommt natürlich auch die überrollbügel wieder drauf und wie gesagt mit überrollbügel komme ich hinten beim stall mit der lore nicht mehr rein das geht nicht ich habe sie jetzt im winter immer an der stelle stehen zum ausmisten ja gut ich muss ein bisschen laufen mit dem mist es ist halt vom stall raus und dann vor ich sehe das jetzt nicht als großes problem ja gut dann muss man sich halt ein bisschen bewegen bewegung schad und so war heutzutage in der zeit ja eh nichts bewegung ist ja schließlich gesund und hält einen fit von daher sehe ich das eigentlich nicht als problem ja mein gott dann trage ich halt einfach 5 meter weit meinen mist auf die lore im sommer wenn dann wieder das wetter trocken also wenn die wiesen wieder trocken sind dann stelle ich natürlich den bulldog immer hinten an die tür wo die pferde jetzt im moment immer raus gehen und miste dann direkt in die lore aus das ist wie gesagt dann wieder im sommer der fall da kann ich das machen jetzt wenn es so feucht ist heute hat es erst wieder geregnet dann stelle ich mich natürlich nicht her und dort wundermas wie durch die wiesen durcheiern also ich hoffe es sind nicht ein paar leute beleidigt weil ich jetzt vielleicht was gesagt habe die tauchen wir nach unten oder so oder dass jemand jetzt was quer unter der nasen hängt oder so das will ich nicht hoffen wie gesagt ich wollte das halt auch einfach anbringen wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn irgendwas im video nicht gepasst hat dann schreibt halt einfach unten drunter was ist oder schreibt mir gerne auf htn wenn ihr das nicht irgendwie machen wollt habe ich auch kein problem damit das geht ja über die kanalinfo bei mir reingehen da könnt ihr auch private nachrichten senden schickt mir es schreibt mich an was ist könnt ihr doch gerne machen habe ich doch kein problem damit wie gesagt einen daumen nach unten könnt ihr deswegen trotzdem geben habe ich kein problem aber wie gesagt ich würde halt gerne wissen was war was ihr wissen würdet und dann kann ich auch danach reagieren weil wenn es jetzt zum beispiel ein fehler ist ist euch der ton zu leise im video ja ich mache den fehler ja dann immer wieder weil wenn ich es nicht weiß um was es geht tja was soll ich dann sagen ne wenn der ton zu leise ist und einige sagen der videoton ist zu leise aber ich weiß davon nichts dann ist das nächste video halt wieder genauso oder wenn der schreibt naja pass auf ändert mir die kamera perspektive oder irgendwas dergleichen was vielleicht weil das weil das stall ausmist video zu wenig mit bulldog zu da kommt naja gut das gehört halt dazu ne also ich meine ich habe das stall halt auch gehört halt zu der landarbeit dazu es ist halt nicht immer nur schlepper schreibt mir es einfach rein dann weiß ich bescheid da kann ich danach reagieren darin auch handeln also ich bin ich bin echt begeistert was immer an rückmeldungen auch kommt ich bin auch top begeistert wie viele leute sich die videos angucken also das hätte ich echt nicht gedacht hätte ich nie erwartet dass ich so viele abonnenten in der kurzen zeit eigentlich schon zusammenbringe wir sind jetzt bei 245 abonnenten aktuell und ich muss echt sagen also wahnsinn top wirklich spitzenmäßig hätte ich nicht gedacht hätte ich nicht erwartet und ja also wie gesagt in dem sinne weiter so ich freue mich immer wenn ich euch was zeigen kann ich freue mich immer wenn euch die videos gefallen wenn sie interessant sind wenn sie aktuell vielleicht eher langweilig sind weil halt nicht so viel passiert aber ihr trotzdem begeistert seid das freut mich natürlich auch ich denke mal wenn es jetzt ein wenig auswärts geht dann wird es natürlich ein wenig actionreicher sage ich einmal dann passiert ein wenig mehr weil wenn ich jetzt aber noch ein paar wochen warte dann wie gesagt es geht jetzt darum ich muss die wiesenmulchen die ich gekriegt habe ich muss mit dem schleppen über die wiesen fahren ich habe den spritzendüft zu machen ich muss die spritzen einmal holen ich muss sie einstellen ich muss sie reinigen und alles es kommt ja alles dazu also es sind einige Dinge wo ich sage in nächster zeit kommt natürlich einiges wie gesagt jetzt war ich halt krank deswegen ist heute mal nichts besonderes gekommen aber das ändert sich natürlich wieder also gut in diesem sinne ich hoffe mein gelaber heute hat euch auch irgendwie gefallen und ich hoffe ihr seid mir jetzt nicht böse oder irgendwas dergleichen wie gesagt ich wollte halt auch von meiner Seite ein wenig Rückmeldung noch geben ja die aktuellen dinge habe ich euch jetzt auch so grob erzählt was ein wenig aktuell passiert oder los ist wie gesagt momentan ist es halt eher ruhig geht aber wie gesagt rauswärts dann kommt da irgendwas jetzt war es halt dann wirklich die letzten Tage auch durch die Krankheit durch die Katze wie gesagt die Katzen sind bei uns Familienmitglieder die gehören dazu die haben wir so lange totgefasst 17 Jahre jetzt so eine Taiga da hat man einfach dann ehrlich gesagt da war kein Kopf dafür da ist mir dann ein Video drin dann ist mir doch mit den Gedanken wo anders und dann klappt das nicht aber ich hoffe ihr seid mir das wirklich nicht böse wie gesagt das geht ja rauswärts und dann schauen wir mal was bestimmt anders also gut jetzt mache ich auch mal Schluss in diesem Sinne ich wünsche euch noch einen schönen Tag gell wir sehen uns wieder wie gesagt für euch noch einmal ein Daumen hoch dass es dir immer so viel Rückmeldung gibt dass ihr so begeistert seid also echt super ich bin über die Kommentare begeistert vielen Dank und dann wünsche ich euch was also dann Servus